Du bist nämlich jetzt keine Waage mehr. Das habe ich schon nachgeguckt. Weißt du, was du jetzt bist? Jungfrau. Richtig. Also ich meine, ich gucke ja eher auf die Männer, was das angeht. Und ich möchte keine, das möchte ich nicht. Du bist jetzt Jungfrau. Das sind sehr schwierige Menschen. Das ist mir zu schwierig. Ich möchte kein schwieriger Mensch sein. Aber du wärst danach Jungfrau. Und jetzt kommt es. Weißt du, was ich bin? Ich bin Witter, der Anführer der Sternzeichen. Mit dem Witter hat alles begonnen, mit dem Feuer, mit der Explosion, mit allem. Und nach der neuen Ordnung wäre ich... Hä? Fisch! Ladylike. Die Podcastshow. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik.